Angriff der Killer, äh, Killerbestien, der Killerzerks, Hilfe, Hilfe, achso, äh, wollte ich ja jetzt was gebaut haben oder wollte ich halt nicht gebaut haben? Ich weiß das heute nicht, äh, dir, 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 dir. Hier vielleicht, äh, ne? So, da oben müssen wir irgendwie hin. Oh. Ja, da sollten wir vielleicht jetzt nicht unbedingt hin. Aber wir könnten ja mal so das eine oder andere Versorgungsdepot noch aufbauen. Vielleicht. Ja. Ja. Ich weiß nicht. So. Mal was. Bitte was? Ziel identifizieren. Es war ein Fehler. Meinerseits. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Commander. Commander. Melde mich zum Dienst. So. So, 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 so. Nicht genügend wieder. Ja, ich hab's verstanden. Heute ist der Herr Do eben ein bisschen ruhiger, glaube ich. Ist, äh, alles nicht so wunderschön aktuell bei uns, äh, arbeitstechnisch, was daran liegt, dass, äh, ja, einfach, äh, ja, wie soll man sagen, Kündigungen ausgesprochen werden müssen, wurden, was auch immer. Und so hat es natürlich immer so ein bisschen, echt ein bitterer Beigeschmack, muss man ja ganz ehrlich sagen. Einfach ein bitterer Beigeschmack. Zielgebiet? Ah, tschö. Hm. Werd ausgeführt. Wie ist er? Ist mir ein Vergnügen, Sir. Feiergefährdienst? Ist, ist nicht so mein... Absolut. Oh mein Gott. Der oben war da gerade einer. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Werd ausgeführt. Absolut. Weiter geht's. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Hauer. Absolut. Einsatbereit. Werd ausgeführt. Weiter geht's. Ja. Werd ausgeführt. Ist, äh, im Moment eben der bittere, der bittere Beigeschmack, den wir haben, da. Ist natürlich dann, äh, wie gesagt, die Laune ist ein bisschen sehr gedrückt, verständlicherweise. Und, äh, wird ausgeführt. Ja. Die Laune da arbeitstechnisch ist natürlich echt eine Herausforderung. Üblich weiß. Melde mich zum Dienst. Wer stellt sich? Ja, ist alles nicht so leicht im Moment. Kann man so sagen, glaube ich, ja. Das ist arbeitstechnisch ein bisschen leicht. Weiter, Commander. Angriffsformation. Alles ist ein bisschen Merde. Merde, kann man sagen. Willst du mich veralbern? Koordinaten übermitteln. Zielvektor erfasst. Ja. Ja, Sir? So, können wir nochmal ein Versorgungsdepot hier stationieren. Basteln. The Bastel was? Ja, Sir! Ab die Post. Befehle, Sir! Viele! Viele Befehle! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Was soll sein? Neu Problemum! Ich höre! Was soll das? Was soll das nicht gehen? Oh oh. Commander? Was soll das nicht? Was soll das nicht gehen? So, naja, vielleicht, naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Vielleicht, nicht so schön, gerade. Ja, wir werden sehr gut angekündigt. So, da machen wir uns mal die Protoss zum Freund. Oder auch nicht. Wie auch immer man das sehen möchte. Boah. Kann der mich sehen? Tarnen. Dann zieht der mich eigentlich nicht mehr, glaube ich, oder? So, jetzt. Ja, das werden wir. Das ist korrekt. Ob es korrekt an sich ist, das weiß ich noch nicht. Äh, 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 äh. Befehle, Sir. Weiter geht's. Werd ausgeführt. Absolut. So. Oh, äh. Äh. Schon wieder? Das gibt's doch nicht, ey. Ja, Sir? Sehr ständig. Ihr seid vernommen, Sir. Hehehe. Goliath? Einen wunderschönen Goliath. Verstanden. So. Verstanden. Wie heißt denn? Ähm. Aua. Verstanden. Ähm. Vielleicht bräuchte ich ja nochmal ein paar, äh, Truppen hier hinten. Goliath online. Wie heißt denn? Ja? Melde mich zum Dienst. Äh, ach so. Melde mich zum Dienst. Befehle erhalten. Forschung abgeschlossen. Sofort, Sir. Forschung abgeschlossen. Bestätigt. So. Äh. Äh. Ja, auch den hat er bestätigt. Ach so, Moment hier. So, zack. Ähm. Jo. Hm. Komm, Link online. Sind jetzt nicht so viele, äh, übergeblieben, muss ich gerade ehrlich sagen. Komm, Alter. Freie. Genau. Es sind nicht viele übergeblieben. Auch die sind nicht wirklich... Das gibt's doch nicht. Nicht genügend wieder rein. Alter, warte auf Befehle. Los geht's. Zielgebiet. Systeme funktionsfähig. Navcom ausgerichtet. Prodi auf online. Befehle, Captain. Weißt du, was vielleicht hier so ein, äh, zu haben wäre vielleicht nicht so das falsches T. Weiter geht's. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Achso, hier vielleicht erst. Erst den, erst den. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Absolut. Weiter geht's. Mach den, mach den Platz, mach den Platz, mach den Platz. Mach den Ding da platt. Alles, äh. Ja. Ähm. Hi, wie gut. Hm. Toll. Super Idee. Ja. Natürlich super. Absolut. Nein. Gut, hat sie dann auch schon mal. Oh, oh, oh. Befehle, Captain. Bestätigt. Sofort, Sir. Befehle erhalten. Sie, die reduzieren. Sie sehen beide nicht mehr so brauchbar vielleicht auch unbedingt aus. Alle Mannschaften bereit. Hm, 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 hm. Dann mal los. Alle Mannschaften bereit. Empfange, Signal. Ruffrequenzen offen. Ja, auch der. Commander. Befehle, Sir. Nicht genügend Widerreie. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dämlich. Wie heißt er? Ja. Was soll man sagen, da? Hm. Hm. Nicht genügend Widerreie. Toll. Super. Ab die Post. Aber gut, vielleicht ist einer noch besser als gar keiner. Widerst du abflugbereit werden. Verstanden. Sofort, Sir. Hm, 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 hm. Lalalalala. Wie viele, Sir? Hab ich. Weiter geht's. Die hab ich, natürlich. Empfange, Signal. Immer mit der Ruhe. Zielgebiet. Ab die Post. Absolut. Weiter geht's. Äh, Quatsch. Wie war das? So war das. Jupp. Alle Mannschaften bereiten. Energie. Was war das? Alle Mannschaften bereiten. Energie. Luftfrequenzen offen. So. Schauen wir mal, was von dem Haufen hier gleich noch überbleibt. Ich greife nur jetzt nicht wirklich meinen. Doch. Bitte was? Ja, komm an dir. Befehle, Sir. Ja, erst mal bis hierhin kommt. Weiter geht's. Befehle, Sir. Komm nur erst mal hierhin. Upgrade fertig. Basis-Step anlegend. Boah, nee, ne? Fire, du fertig? Selbstständig. Alter. Es wird, es wird immer haariger hier, ne? Jetzt schlimm ist, ich, ich darf die, äh, die Zwergs ja nix, den nix tun. Feiergefällig. Selbstständig. Feuer frei. Volles. Volle K. Die Streitkräfte werden angegriffen. Feuer gefällig. Feuer frei. Oh, da ist schon wieder einer, ne? Da hat's einen über den Jordan gerissen. Kann man ja mal so sagen. Ziel identifizieren. Feuer gefällig. Befehle, Sir. Ihr Scheißer für die Akte. Ja, Sir. Ich werde die ganze Zeit angegriffen. Das ist mein Hauptproblem. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Aller Mannschaftenbereit. Amnibus. Energies. VV. Leser. Ja, Sir. VV. Leser. Da, Kommandantin. Bye. Ziel identifizieren. Das ist ein Vergnügen, Anipa. Energies. So, da könnte man hier nochmal eine taktische Base errichten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, Energie. Energie. Die, 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 die. Dann mal los. Ja, wir könnten Fristen setzen. Naja, oder so ähnlich. Dann mal los. So, das sieht doch schon mal, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Absolut. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Was glaub ich dir überhaupt nicht. Alle Mannschaften bereit. Kurz setzen. Immer mit der Ruhe. Kurz setzen. Dann mal los. Kurz setzen. So. Alle Mannschaften bereit. Guten Tag, Commander. Kurs setzen. Dann mal los. So. Wie viel ist er? Absolut. Da. 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 Ich weiß jetzt, ja nix. Sollen wir einheißen. Melde mich zu dir. Ihre Streitkartier werden angekündigt. Oh. Ja, vielleicht sollte man den hier lassen. Hm. Ja. Ah, ja. Ah, das ist ja nicht. Wir werden erhalten. Melde mich zum Dienst. Alles roger. Sofort, Sir. Worauf soll ich ballern, Sir? Ruffrequenzen offen. Dann mal los. Kurs setzen. Dann mal los. Kurs setzen, ja, genau. Kurs setzen, den setzen wir jetzt auch. Ob der Kurs und so. Kommt der her. Kommt der her jetzt her. Die ist hier etwa irgendwo noch. Kommt der jetzt hierher. Hä? Du, 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 du. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Immer mit der Ruhe. Energie. Ja, Sir. Wie viele, Sir? Empires in Lack. Abanda. Er kommt da nicht raus, ne? Hm. Luftfrequenzen offen. Immer mit der Ruhe. Dann mal los. Immer mit der Ruhe. Alle Mannschaften bereit. Ja, okay. Ja, der ein oder andere wird jetzt leider fallen. Da können wir wohl nichts dagegen machen. Aber wir schneiden den jetzt so nach und nach die Verbindung ab, sag ich mal. Puh. Ruffrequenzen offen. Dann mal los. Worauf soll ich balance? Jetzt geht's, Hund. Du, 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 du. Komm, Link online. Du stehst dich, Mann. Entfalle Siegner. Alle Mannschaften bereit. So, den schneiden wir natürlich nach und nach jetzt die Verbindungen ab. Sag ich jetzt mal. So. So. So, es brennt alles. So, jetzt kommt das knackige Ende. Ja, ha, ha, ha. Jetzt kommt das knackige Ende. Hoffe ich. Auf jeden Fall. Das ist das knackige Ende jetzt hier für die... Kommt. Bin mir da natürlich noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Dann mal los. Das wäre wünschenswert. Wobei, äh, die Protoss immer noch so immer die, die, ne, die ich taktisch früher auch immer gebaut habe. Die Pylonen immer so mehrere, um so Hauptdinger rumgebaut. Das ist immer so ein bisschen schwer. Ich versuche die Pylonen immer auch erst auszuschalten. Wobei, äh, die KI das hier gemacht hat, das hat... So habe ich halt auch meistens immer gerne gemacht. Ähm. Man schaut ja, dass mehrere Pylonen vorhanden sind, ne. Da schaut man ja nach. Wobei, die Pylonen schauen wir nicht so große Reichweite haben. So, die Protoss müssen wir aufhalten. Und die Kerrigan muss natürlich überleben. Klar. Achso. Moment, hier ist in eins. Ich hab noch was. Ne? Was ist jetzt los? Ja. Was? Was? Sie wollen die Jungs noch nicht den Schicksal überlassen. Alle Schiffe bereit machen. Wir verlassen das so, dass es uns keine Gefäße ist. Hey, Jungs. Wir sind in der Evertrierung. Was ist die Tante? Verdammt, Arcturus. Das kann sie nicht tun. Ich habe es bereits getan. Steuermann, sie wird an die Flotte. Bringt sie Sachen los. Wir müssen hier das machen. So, sofort. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe zwar einen Sieg erlangt, aber bitte was? Oh, Mann.